Tag Freunde, herzlich willkommen zu einem Video. Ich gehe hier zu Fortnite wie vor zwei Jahren. Jetzt mit der Rückkehr der Flugzeuge, Geschenke und den ganzen anderen Krams kann man offiziell, zumindest so ein bisschen, Fortnite wie vor zwei Jahren zocken. Also sprich Fortnite wie in der Season 7 heute zocken. Und das machen wir heute. Viel Spaß mit dem Video. Die Skins, Gleiter, Pickaxes, whatever, die in diesem Video genutzt werden, sind alle aus der Season 7. Ich glaube außer, genau, der Babbling, der ist aus der Season 6 rausgekommen. Aber ja, mit Sachen aus der Season 6 konnte man ja vor zwei Jahren aus der Season 7 auch schon zocken. Also das qualifiziert sich schon so ein bisschen. Ansonsten die Pickaxe-Skin, Gleiter, Downfall Animation ist alles aus der Season 7. Ich würde sagen, ich lande bei Pleasant Park. Denn Pleasant Park ist ja einer der Orte, die auch schon vor zwei Jahren im Spiel waren. Alle drei Sachen, die ich gerade in meinem Loadout habe, waren alle schon vor zwei Jahren im Game. Da merkt man mal, wie wenig das Spiel ab und zu verändert hat. Wenn ihr wollt, dass ich mal auf ein Video von vor zwei Jahren reagieren soll, also sprich einfach aufs Gameplay, whatever, achten soll ein bisschen, dann gehen wir mal in die Kommentare schreiben, denn ich habe da auch ultra Bock drauf. Hoppala, okay. Gut, das war ein schlechtes Ende für ihn. Zack. Oh Gott, nur ein 30er gemacht gerade in der Hand Schaden. Das war jetzt auch wieder komplett an der Stelle. Wow. Okay. Ich habe noch mal Glück gehabt an der Stelle. Und ich muss... Alter! Ah! Ja, ich bin doord. War mir? Ja, haha! Wie genau lebe ich jetzt gerade noch? Ernsthaft, wie genau lebe ich jetzt gerade noch? Ich... Das ist gerade echt ein Dretzel für mich. Ich bin tot. Also, ich weiß nicht ganz genau, wie viele von den Leuten gerade Bots waren und wie viele nicht. Aber, eine 6 Kill-Rounds. Aber, eine 6 Kill-Rounds. Also... Spur mal, als er ja zurück und ich hätte gerade eine beste Runde jemals genannt. Mir ist gerade aufgefallen, Leute. Waffen-Skins. Ich finde es jetzt gerade ein Waffen-Skin aus Kapitel 2 Season 1. Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Aber die sind ja auch schon... Die sind ja genau vor Zeilen rausgekommen. Ähm... Das war's mit diesem Video. Ähm... Ja, ich hoffe mal sehr, es hat euch gefallen. Ich hoffe mal sehr. Es war immerhin so ein bisschen Nostalgie. Ähm... Ich weiß, es ist Eis in einem neuen Kapitel. Ähm... Aber ich hoffe mal, es war trotzdem noch ein bisschen Nostalgie dabei. Ähm... Wenn ja... Ähm... Dann geht doch gerne, wie immer, einen auch um da. Abonniere dich hier gestern, damit ihr kein einziges Video mehr in der Zukunft verpasst. Und wie gesagt, äh... Bei 6 Likes gibt's einen zweiten Teil dazu. Mit nochmal allem aus Season 7. Und dann nenne ich mich bei Retail Row. Bei Retail Row gab's ja vor 2 Jahren auch schon. Ähm... Sagen bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.